Ein lohnendes Ausflugsziel ist der 293 Meter hohe Monumentberg, mitten im Landschaftsschutzgebiet Stausee-Quitzdorf und Kolmerhöhen. Vom Aussichtsturm, der im Jahre 2000 neu erbaut wurde, genießt man eine faszinierende Panorama-Aussicht über die niederschlesische Oberlausitz und die Südlausitzer Berge. Ein Aufstieg auf die 25 Meter hohe Aussichtsplattform lohnt sich bei schönem Wetter auf jeden Fall. Der Berg verdankt seinem Namen, einem 1801 errichteten Denkmal, das als Monument bezeichnet wird. Tafeln an den Giebelseiten des Monuments geben zur Geschichte Auskunft. Für das leibliche Wohl der Besucher des Berges wird in der Baude Lausitzblick gesorgt. Mit ihren 50 Sitzplätzen eignet sich die Baude Lausitzblick ebenso für Familien, Senioren, Gruppen und Vereinsfeiern. Werfen Sie einen genauen Blick auf die Gemälde und Zeichnungen in der Baude. Von der Wirtin erfahren Sie mehr über den Maler dieser Kunstwerke. Erleben Sie schöne Ausblicke oder gemütliche Einblicke. Ein Besuch des Monumentberges macht beides möglich. Erleben Sie mehr über die Gemälde und Zeichnungen in der Baude.